Grafikkarten sind in den letzten Wochen ja nochmal deutlich günstiger geworden und der ein oder andere überlegt sich jetzt vielleicht endlich zuzuschlagen und sich seine Wunschgrafikkarte zu kaufen. Dass man da aber immer noch genau hinschauen muss, da nicht jedes Custom-Modell oder auch nicht jede Grafikkarte tatsächlich aus meiner Sicht ihr Geld wert ist und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, möchte ich hier mit diesem Video einfach einmal meine Empfehlung aussprechen, welche Grafikkarten denn derzeit vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut sind und um welche Grafikkarten man tatsächlich einen großen Bogen rummachen sollte. Du findest wie immer alle Grafikkarten, die ich hier in der Kaufberatung empfehle, in der Geizheitswunschliste, in der Videobeschreibung. Also da kannst du nochmal genau nachschauen, welche Modelle das denn genau sind, die ich jetzt empfehle und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Bei CDK-Deals findest du nicht nur günstige Game-Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei CDK-Deals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich an Windows 10 Pro Key gerade mal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei CDK-Deals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu CDK-Deals findest du in der Videobeschreibung. Wir fangen mit den günstigen Grafikkarten an und arbeiten uns dann nach und nach weiter nach oben bis zum High-End-Bereich beziehungsweise bis zu der teuersten Grafikkarte, die ich derzeit noch empfehlen würde, weil sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt halt noch in Ordnung ist und Sinn macht. Wir fangen aber wie gesagt erstmal mit den günstigen Grafikkarten an und die günstigste Grafikkarte, die ich derzeit noch empfehlen würde, das ist die NVIDIA RTX 3050. Konkret das Asus Phoenix Modell. Das sieht ein bisschen lächerlich aus mit dem nur einen Lüfter, aber bei der Leistungsfähigkeit der RTX 3050 ist diese Kühllösung mit einem einzigen 100mm Axiallüfter tatsächlich vollkommen ausreichend. Da braucht man nicht irgendwie super viel Geld für ein teures Custom-Modell ausgeben und diese Asus Phoenix ist vor allem auch deutlich günstiger als andere Custom-Modelle und deswegen ist das hier meine Empfehlung für den Einstiegs- bis unteren Mittelklasse-Bereich von Gaming-PCs. Die Asus Phoenix ist regelmäßig auch für 299 Euro schon zu haben, also nur minimal über der unverbindlichen Preisempfehlung. Derzeit kostet die Grafikkarte 320 Euro und mit einer RTX 3050 kann man halt wirklich schon alle aktuellen Spiele problemlos zocken, vor allem in Full HD und ich muss ehrlich sagen, weniger würde ich derzeit für eine Grafikkarte nicht ausgeben. Bei den aktuellen Grafikkartengenerationen gäbe es ja noch die Radeon RX 6500 XT. Die habe ich schon mal ausführlich in einem Review behandelt. Die ist nochmal 100 Euro günstiger, aber ist von der Performance auch ungefähr nur halb so gut wie eine RTX 3050. Deswegen würde ich diese Grafikkarte wirklich nicht empfehlen und euch wirklich dazu raten, auch wenn das Budget knapp ist, versucht noch ein paar Euro mehr zusammenzukratzen, zusammenzusparen, damit ihr euch wenigstens eine RTX 3050 zulegen könnt. Wie gesagt, die Asus Phoenix mag mich super gut aussehen, aber auch die Grafikkarte bekommt man in einen leisen Betrieb. Das wird kein Problem sein, da die RTX 3050 halt sowieso nicht so viel Abwärme produziert und da der Kühlkörper mit dem einen Lüfter tatsächlich ausreicht. Die nächst bessere Grafikkarte, die ich dann empfehlen würde, das wäre die Radeon RX 6600. Die ist gar nicht so viel teurer, die kostet ungefähr 350 Euro. Derzeit würde ich hier die MSI Mech 2X empfehlen, einfach weil es das günstigste Modell ist und die anderen Custom-Modelle hier auch deutlich teurer sind und auch bei einer RX 6600 ist die Kühllösung oder der Kühlkörper, die Größe des Kühlkörpers noch nicht so wichtig, da die Grafikkarte einfach nicht so viel Abwärme produziert. Wenn man die paar Euro noch übrig hat, dann lohnt sich tatsächlich auch das Upgrade im Vergleich zu einer RTX 3050. Also hier die, sagen wir mal, 30 bis 50 Euro mehr auszugeben, kann sich wirklich lohnen, denn eine RX 6600 ist tatsächlich nochmal knapp 20% schneller als eine RTX 3050 und da lohnt sich meiner Meinung nach der Aufpreis von, sagen wir mal, 30 bis 50 Euro. Mit den 8 GB Grafikspeicher bei der RX 6600 ist man auch gut genug ausgestattet für die Zukunft, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. In dieser Leistungsklasse reichen die 8 GB auf jeden Fall aus. Vermutlich wird man, wenn man sich eine RX 6600 zulegt, sowieso maximal eigentlich in Full HD spielen, eventuell vielleicht noch in 1440p, aber auch dann ist es nun mal so, dass die Rechenleistung der Grafikkarte irgendwann sowieso nicht mehr ausreicht, dass man mit so hoch aufgelösten Texturen zum Beispiel spielen kann, dass man mehr Grafikspeicher irgendwie bräuchte. Also da braucht man sich tatsächlich keine Sorgen machen. Meine nächste Empfehlung wäre dann die RX 6600 XT von AMD. Die liegt nochmal ungefähr 20% über der normalen RX 6600, kostet dafür aber auch ungefähr 100 Euro mehr. Die bekommt man so ab 460 Euro. Als Custom-Modell derzeit besonders attraktiv ist die XFX Quick 308 Black Gaming. Die Grafikkarte hat tatsächlich schon 380 mm Axiallüfter auf dem Kühlkörper verbaut. Das ist also schon ein relativ großes Custom-Modell auch für die RX 6600 XT. Und da sollte man auf jeden Fall keine Probleme mit der Kühlperformance bekommen. Die sollte man auch in einen wirklich sehr leisen Betrieb hinbekommen, spätestens mit einer Custom-Lüfterkurve oder mit eigenen Takt-Settings. Auch hier reichen die 8 GB Grafikspeicher noch problemlos aus. Aus meiner Sicht ist die RX 6600 XT derzeit auch so der Sweet-Spot vom Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem für ambitionierte Full-HD-Gamer, die auch hohe Bildraten noch in Full-HD haben wollen. Und insgesamt ist es auch eine der besten Grafikkarten überhaupt vom Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht. Als Alternative könnte man hier tatsächlich auch noch zur RTX 3060 greifen. Die bekommt man für ein paar Euro weniger, wenn man hier wieder zur Asus Phoenix greift, also wieder das Custom-Modell von Asus, was nur einen Lüfter verbaut hat. Das kostet derzeit 430 Euro, ist also ungefähr 30 Euro günstiger als eine RX 6600 XT. Ist aber auch von der Performance etwas schlechter. So 5 bis 10 Prozent weniger Performance hat man mit einer RTX 3060 als mit einer RX 6600 XT. Das ist aber dann für den Unterschied im Preis tatsächlich in Ordnung meiner Meinung nach. Und mit der RTX 3060 hat man vielleicht auch noch so ein paar Nvidia-exklusive Vorteile wie DLSS, was ja immer noch deutlich besser funktioniert als AMD FidelityFX Super Resolution. Oder von Raytracing möchte ich ja eigentlich gar nicht anfangen, da dafür die Performance der RTX 3060 sowieso nicht gut genug ist. Aber auch Nvidia Broadcast ist zum Beispiel ein ganz cooles Feature, was man eben exklusiv mit Nvidia-Grafikkarten nutzen kann. Also wer lieber Team Nvidia ist, der kann hier auch tatsächlich guten Gewissens zur RTX 3060 greifen. Das Custom-Modell, die Phoenix von Asus, ist mit Abstand die günstigste RTX 3060 und dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch wirklich ganz gut. Eine RTX 3060 Ti würde ich derzeit nicht empfehlen. Das hat einfach den Grund, dass die Grafikkarte eigentlich genauso teuer ist wie eine Radeon RX 6700 XT im Moment. Und eine RX 6700 XT ist einfach deutlich besser als eine RTX 3060 Ti. Deswegen ist meine Empfehlung derzeit bei den aktuellen Preisen wirklich keine 3060 Ti zu kaufen. Das macht tatsächlich wenig Sinn. Eine Radeon RX 6700 XT macht aber deutlich mehr Sinn. Die kostet im Moment knapp über 600 Euro. Das Custom-Modell von XFX, die Speedstar Quick 319 Black Gaming, kostet 619 Euro aktuell. Und dafür kriegt man wirklich schon eine sehr performante Grafikkarte, auch für 1440p Gaming mit 12 GB Grafikspeicher, wo man sich auch keine Sorgen machen muss, dass das irgendwie später zu wenig sein sollte. Und das Custom-Modell von XFX soll tatsächlich auch sehr gut sein. Also hier sollte man auch keine Probleme mit der Kühlung bekommen. Wenn man da noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dann bekommt man für einen Aufpreis von 80 Euro auch schon eine NVIDIA RTX 3070. Die ist auch noch mal ein ganzes Stück besser als die RX 6700 XT. Wenn man besonders viel Geld sparen möchte, dann wäre im Moment die Gainward Phoenix das sinnvollste Modell, denn die kostet halt 699 Euro. Aktuell ist damit die günstigste RTX 3070, aber von der Kühl-Performance halt nicht ganz so gut wie andere Custom-Modelle. Das sind wirklich so die günstigsten Custom-Modelle, die es auf dem Markt gibt für die RTX 3070. Und da bekommt man tatsächlich deutlich Besseres. Also wer viel Wert auf eine leise Performance bei gleichzeitig auch noch möglichst hohen Taktraten legt, der sollte dann doch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Aber wer möglichst viel Geld sparen will und irgendwie in sein Budget eine RTX 3070 reinquetschen möchte, für den ist dann die Gainward Phoenix hier vielleicht die richtige Wahl. Sie kostet wie gesagt 80 Euro mehr als eine Radeon RX 6700 XT. Dafür bekommt man aber auch wieder eine ganze Ecke mehr Performance. Fast 10% schneller ist eine RTX 3070 im Vergleich zu einer RX 6700 XT. Wir machen zwar einen Downgrade auf 8 GB Grafikspeicher. Das ist tatsächlich so ein Knackpunkt an der RTX 3070, den ich auch beim Release viel kritisiert habe. Denn gerade wenn man das in Relation setzt zur Vorgängergeneration zum Beispiel, eine RTX 3070 liegt ja auf dem Niveau einer RTX 2080 Ti. Die hatte damals schon 11 GB VRAM und jetzt macht man quasi einen Downgrade auf 8 GB. Sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man auf höhere Auflösung noch gehen möchte als 1440p, dann sollte man vielleicht doch zu einer Grafikkarte mit etwas mehr Grafikspeicher greifen. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die 8 GB VRAM eigentlich nicht zu einem großen Problem werden sollten. Auch in Zukunft nicht. Ich vermute, dass die 8 GB Grafikspeicher erst zu wenig werden, wenn die Performance einer RTX 3070 sowieso dann nicht mehr ausreichend ist. Ich habe ja gerade gesagt, die Gainward Phoenix ist eher nur für Leute gedacht, die wirklich viel Geld sparen möchten und möglichst günstig eine RTX 3070 haben wollen. Wer noch großen Wert auf eine gute Kühlperformance legt, der sollte noch 50 Euro drauflegen und sich dann für 750 Euro die Gigabyte RTX 3070 Aorus Master zulegen. Sind wie gesagt 50 Euro mehr, aber ich denke, die sind gut investiert, wenn man halt ein besonders gutes Custom-Modell haben möchte. Und das ist quasi eines der Top-Modelle, die Gigabyte derzeit anbietet. Die RTX 3070 Ti würde ich dann nicht empfehlen. Die kostet so knapp 100 Euro mehr, bietet aber nur minimal mehr Performance. Das nächstmögliche, aus meiner Sicht sinnvolle Upgrade wäre dann tatsächlich das auf die RTX 3080, die ja tatsächlich auch sehr beliebt ist immer noch. Die ist auch stark im Preis gefallen. Mittlerweile bekommt man die ohne Probleme schon für 940 Euro. Das wäre hier wieder die Gainward Phoenix, die ich auch gerade bei der 3070 schon empfohlen habe. Das ist im Moment das günstigste Custom-Modell von der RTX 3080. Und auch hier gilt wieder dasselbe. Wer sowieso schon knappes Budget hat und sich irgendwie eine RTX 3080 finanzieren will, der sollte dann hier zum möglichst günstigsten Modell greifen. Wenn man da ein eigenes Undervolting-Setting anlegt, eine eigene Lüfterkurve, dann wird auch die Grafikkarte problemlos laufen. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Aber ambitionierte Spieler, die auch hohe Taktraten vielleicht wollen, bei gleichzeitig leisem Betrieb, sollten dann vielleicht zu einem besseren Custom-Modell greifen. Aber insgesamt finde ich trotzdem, dass eine RTX 3080 derzeit für 940 Euro wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ist natürlich die Frage, ob die Preise noch ein bisschen weiter runtergehen werden müssen, muss man weiter beobachten. Aber so günstig war eine RTX 3080 eigentlich noch nie seit Release. Wer dann wie gesagt etwas ambitionierter ist und nach einem Custom-Modell sucht, was auch einen wirklich richtig leisen Betrieb auch bei hohen Taktraten ermöglicht, dem würde ich dann die MSI Gaming Z Trio ans Herz legen. Das ist wirklich ein sehr gutes Custom-Modell. Die kostet aber tatsächlich im Moment knapp 1000 Euro. Also das ist schon ein ordentlicher Aufpreis, den man da bezahlt. Da muss einem die Kombination aus leisem Betrieb und hohen Taktraten, einer guten Performance dann tatsächlich auch einiges wert sein, damit man diese 60 bis 70 Euro Aufpreis dafür bezahlt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass die MSI Gaming Z Trio tatsächlich ein sehr performantes, sehr gutes, auch leise laufendes Custom-Modell der RTX 3080 ist. Die 10 GB Grafikspeicher sollte man vielleicht auch noch ansprechen. Es gibt ja auch eine 12 GB Version von der RTX 3080. Einige fragen sich vielleicht, ob die den Aufpreis wert ist. Aus meiner Sicht nicht, denn die 12 GB Variante der RTX 3080 kostet mindestens 150 Euro mehr. Und aus meiner Sicht ist es das nicht wert. Der Unterschied, ob man nun 10 oder 12 GB hat, das wird in der Praxis kaum was ausmachen. Auch später nicht, wenn vielleicht der Grafikspeicher doch ein bisschen knapper wird. Natürlich, es kann vielleicht das eine oder andere Spiel geben, für die 10 GB irgendwann wirklich mal zu wenig sein sollten. 12 dann aber reichen. Aber das wird so ein kleiner Prozentsatz von den Spielen auf dem Markt sein, dass es sich aus meiner Sicht nicht lohnt, hier die 150 Euro mehr für eine RTX 3080 mit 12 GB auszugeben, da sie oder die 12 GB Variante von der Performance halt auch nur minimal besser ist. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich rausgeschmissenes Geld. Ansonsten sehe ich aber grundsätzlich auch die 10 GB der RTX 3080 als nicht problematisch an. Ich denke, die werden tatsächlich problemlos ausreichen über die Lebensdauer der Grafikkarte. Vor allem, wenn man in 1440p oder vielleicht in UW QHD spielt. Also 3440 mal 1440. In 4K sieht das vielleicht dann ein bisschen anders aus. Aber da sollte man sich sowieso überlegen, ob man nicht vielleicht tatsächlich noch eine leistungsstärkere Grafikkarte als die RTX 3080 braucht. Und zu dieser leistungsstärkeren Grafikkarte komme ich jetzt. Das wäre dann nämlich auch die teuerste und beste Grafikkarte, die ich derzeit empfehlen würde. Und das ist die Radeon RX 6900 XT. Die bekommt man derzeit tatsächlich fast zur unverbindlichen Preisempfehlung. Aktuell kostet das Custom-Modell von XFX die Merc 319 Black Gaming, also ihr seht einiges von XFX hier mit am Start in diesem Video, 1130 Euro. Es handelt sich hier um eine normale RX 6900 XT, nicht um die XTXH-Varianten, die nochmal einen höheren Takt haben, die quasi ausgewählte Chips verwenden, die noch höhere Taktraten ermöglichen. Die sind tatsächlich im Moment nochmal ein ganzes Stück teurer, kosten über 1200 Euro, deswegen sind die Grafikkarten es meiner Meinung nach nicht wert. Aber eine normale RX 6900 XT bietet tatsächlich nochmal eine deutlich höhere Performance als eine RTX 3080. Da sprechen wir tatsächlich nochmal um ungefähr 10% mehr Performance und 1130 Euro sind jetzt auch nicht so viel mehr als eine RTX 3080. Und bei der RX 6900 XT hat man halt den Vorteil, dass man 16 GB Grafikspeicher mit am Start hat. Das wird problemlos, reichen über die Lebensdauer der Grafikkarte, da braucht man sich keine Sorgen machen. Und noch teurere Grafikkarten machen aus meiner Sicht tatsächlich keinen Sinn. Da gäbe es ja beispielsweise noch die RTX 3080 Ti. Die liegt von der Gaming-Performance aber auf einem ähnlichen Niveau wie die RX 6900 XT, ist aber ein ganzes Stück teurer und hat weniger Grafikspeicher. Deswegen macht die aus meiner Sicht wenig Sinn, außer man möchte tatsächlich unbedingt Nvidia DLSS zum Beispiel nutzen oder unbedingt Raytracing verwenden. Aber auch bei den High-End Grafikkarten halte ich nicht viel vom Einsatz von Raytracing, da es einfach immer noch deutlich zu viel Performance kostet. Wem das aber wichtig ist, dem würde ich dann natürlich von der AMD-Grafikkarte abraten, da die Raytracing-Performance bei Nvidia-Grafikkarten einfach deutlich, deutlich besser ist. Also da könnte dann auch der Kauf einer RTX 3080 Ti noch in Frage kommen. Eine RTX 3090 oder eine RTX 3090 Ti sind aus meiner Sicht deutlich zu teuer und ihr Geld nicht wert. Für das bisschen mehr Performance, was man im Vergleich zu einer RTX 3080 Ti oder Radeon RX 6900 XT bekommt, lohnt sich einfach der Aufpreis von einmal ungefähr 700 Euro und dann über 1000 Euro. Auf keinen Fall. Also da kann ich nur von abraten, diese hochpreisigen Grafikkarten zu kaufen. Das waren meine Kaufempfehlungen an Grafikkarten für diesen Monat. Ich denke, hier war für jedes Budget etwas dabei und das ist halt meine Auswahl an den besten Grafikkarten aktuell vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu dieser Zusammenstellung hast, dann schreib es gerne in die Kommentare, auch wenn ich vielleicht das ein oder andere Modell nicht erwähnt habe und du dich fragst, ob das denn auch gut ist oder ob das jetzt schlecht ist, weil ich es nicht erwähnt habe, schreib es einfach in die Kommentare und ich gehe da gerne noch darauf ein. Nur weil ich das ein oder andere Modell hier nicht erwähnt habe, heißt es nicht, dass das irgendwie schlecht ist. Ansonsten findest du natürlich nochmal alle von mir hier erwähnten Grafikkarten in der Geizheitswunschliste in der Videobeschreibung und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein!